Jetzt unsere Gäste mit auf die Bühne. Meinert Pröcknow an der Geige. Da ist er noch mal. Wunderbar! Und Micha kommt dann auch noch wieder mit dazu. Jetzt spielen wir erst mal ein Tanzlied, das der CD den Namen gegeben hat. Tanzende Hunde. Nun ist das mit Hunden. Wer Hundebesitzer ist, weiß das nicht so ganz einfach. Mit dem Taktgefühl der Vierbeiner. Ein guter Freund, der zwei Eigenschaften in sich vereint, nämlich Hundebesitzer und Jazzliebhaber zu sein. Hat mir allerdings einmal berichtet, dass sein Hund, der ansonsten völlig amusisch scheint, bei einer Platte, wenn er die auflegt, abgeht wie Schmidts Katze. Nun mag man sich vorstellen, wie so ein Hund aussieht in dieser Situation. Das ist immer dann, wenn Dave Brubeck Take Five aufgelegt wird. Also ein Fünferrhythmus, das ist ganz offensichtlich das, was so einem Hund richtig gut tut. Und damit es nun ein Tanzlied für Hunde und Menschen ist, haben wir versucht, das alles miteinander zu mixen, was nicht so ganz einfach ist. Ich werde das mal so ein bisschen andeuten, diesen Rhythmus. Und dann kann man ja immer im Geiste mitzählen oder eben auf den Text hören, ganz wie man will. Und wer es versucht, nach diesem etwas halsbrecherischen Rhythmus zu tanzen, der kann es hier vorne gerne auch vorführen. Das geht also so 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Die wecken wir besser nicht auf. Wir haben nur die blaue Stunde zum Tanzen und nehmen die Hunde in Kauf und nehmen die Hunde in Kauf. Du kommst aus dem Bett eines Mannes und ich aus dem Bett einer Frau. Wir fragen uns, wie lange kann es gut gehen? Das weiß sicher keiner genau, das weiß keiner genau. Diese Stadt ist voll streunender Hunde, die schlagen die Zähne ins Bein. Wir nehmen die nächtliche Wunde gelassen und müssten vor Schmerzen doch schreien. Und müssten doch vor Schmerzen schreien. Dann kriegst du ins Bett deines Mannes und ich schleiche meines zurück. Wir fragen uns, wie lange kann es gut gehen? Mit uns und dem heimlichen Glück, diesem heimlichen Glück. Diese Stadt ist voll tanzender Hunde, die Jaulen verliebt in den Mond. Der dreht seine einsame Runde am Himmel und weiß ganz genau, was sich lohnt. Der weiß ganz genau, was sich lohnt. Der weiß ganz genau, was sich lohnt. Die Mordkapelle. Sander Lüken, Ralf Schneider, Gert Hecht, Thomas Farnert. Als Gäste, Maynard Brücknow, Micha Lehrmann. Wo ist er? Micha. Hartmut Restze. Wo ist Hartmut? Auf die Bühne. Und natürlich Christian Kuno-Kunert. Außerdem Dirk Schäfer und seine Begleitung. Auch die bitte ich auf die Bühne, dass wir noch ein schönes Gruppenbild zur Verbeugung hinbekommen. Ich hoffe, Kuno's Cochlea-Implantat hat mich gehört. Kuno. 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 Wir üben schon mal. Vielen Dank.